ja jetzt sind wir mal müssen wir mal in die schlacht es geht bestimmt in den normalen wir müssen sehen ja ich weiß aber leider nicht wie man da reinkommt da ich hätte wieder den san die nehmt okay hier komme ich nicht hoch oder was da liegt irgendwas das ist von uns ne ja mal dicht gemacht schon gemerkt bin dreimal drüber gelernt ich mag die waffe nicht zwei stück für hinten dass keine chance ja aber ich habe ja nach vorne geballert ich habe nach vorne geballert ich habe hitmarker 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 halbe magazin leer erlebt immer noch und wackelt wie sonst was die waffe ist einfach scheiße ist nun mal so nicht einfach die waffe beim sani ist tausendmal besser davon hier kommen sie durchs gebäude durch die annahme er wird sofort mal eingetötet es ist wirklich die waffe bei dem bazooka typen gefällt mir überhaupt nicht die ist richtig scheiße was panzer an der kirche da ist auch einer hast du ja ich hab das da und da sind ganz viele tot was war noch an uns so wir müssen jetzt mal heilen wir verlieren schon wieder so viele leute verlieren zu viele punkte in denen wir nicht heilen die waffe ist tausendmal geiler da kann man einfach headshotten so muss es sein hier drüben ist ein panzer dann halte ich halt nicht der panzer der panzer nervt wir haben keine chance gegen den panzer da drüben wir müssen woanders rein der panzer müsste rüberfahren zum anderen panzer sehr gut oder der panzer fährt einfach mal in die kirche das ist auch ganz ganz nützlich okay ich bin in der kirche drin panzer ist auch mit in der kirche fährt jetzt direkt auf c hat sich ein bisschen festgefahren aber es sieht ganz geil aus was er macht okay wir sind in der kirche mit panzer okay ich versuche mal hoch zu gehen kletter doch meine güle scheiße die kommen rein okay wir müssen auch heilen wenn du die möglichkeit hast zu heilen alles heilen so die kommen noch von hier immer zu okay ich wir haben es wir haben es endlich ey gott das war aber jetzt echt eine schwierige nummer aber die map ist richtig geil ich gehe jetzt mal auf b da kommen wenig gegner hier ist der panzer panzer unter der brücke richtung richtung b ist er alter latz der pumse panzer der punkt nicht weg ich habe keine ahnung wo bin ich denn überhaupt hier dauer ich wollte gerade rauskommen alle die haben ja alles eingenommen das sieht ja richtig scheiße aus was wir hier gerade machen kommen wir nehmen mal den panzer ja ich bin drin würde aber gerne fahren bist du drin auf b oder was oder wo entgebe ich ja wo war man hin du musst sagen wo wir hin wollen d oder e oder e das fährt sich ja voll schwammig das ding wo ist es denn du bist macht ich weiß nicht wo es ist irgendwie werden wir beballert da rechts neben uns da sind ganz viele drin ne ich treffe irgendwie alles aber irgendwie nix weil ich hier nix kann ja kippe einen noch einen irgendwie irgendwie da gegenüber gegenüber da hinter dem auto hinter dem roten auto ist er da da kommen sie da gegenüber dabei von hinten also das ding das fährt ja mega lahm einmal kurz aufgeräumter training alles raus hier das war ganz geil doch oder was ja ich hätte gedacht dass ich ihn überfahren kann aber das ist so langsam ey wir haben wirklich gar nichts mehr hat er dich im auto erschossen oder wie ja naja man sitzt ja auch im freien bleibt eh erobert wir haben sie aber unseren beitrag geleistet wollen wir wieder auf de dd ist gut also d ist kino ddd 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 alter da oben sind ganz viele zu heilen das muss ich machen bei e Alter ich helfe dir A und habe ihn Das war einer. Fuck. Ach, scheiß die Wand an, ey. Der mit seiner Bumsepumpe. Das waren ziemlich... Aber jetzt gehört uns fast B. Ja, und recht nicht. Ja, bestimmt. Warte mal, wollen wir mal wieder... Wo? Keine Ahnung. B gehört uns gleich. Panzer, Panzer. Er mag er einfach. Sag, wo du hin willst. Ich hole mal irgendwas. Ich muss jetzt mal gucken, was das überhaupt ist hier. Wir brauchen einen Nachschubbehälter an dieser Position. Alles klar, Ausrüstung ist unterwegs. So, hier. Halt durch. Verstärkung ist unter D. Du gehst auf B. B ist doch safe. Ja, ich wollte hingehen und wir haben es eingenommen. Das Problem ist, hier kommt ein Panzer. Oder D. Ja, wollen wir einfach in die Kirche wieder? Das war doch noch eine geile Aktion. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Okay, ready, steady, go. Ready, steady. Okay, ich bin reingerannt, hab einen abgeknallt, hab einen zweiten abgeknallt. Sie sind auf der Gegend. Ja, mit der Fackpumpe, ey. Mit der Fackpumpe. Sehr gut. Ich bin abgehoben. Ich auch. Ich bin aus dem Funkfeuer. Funkfeuer hab ich hier reißen. Ich ziehe raus. Ich bin hier voll im. Ach komm, ich bin der Schuss. Ich stehe ab und dem Ecke umhergelegt zu uns. Ja, ja, die campen sich die Eier. Warte mal, ich komme, ich komme, ich komme. Ist da noch einer bei dir? Anstatt die dich mal heilen. Ja, ja, ja. Achtung. Da ist noch einer. Da, wo ich den gerade abgeknallt hab, da ist noch einer. Ja, es war der, es war der. Ne, da ist noch einer. Da ist noch einer gespawnt. Ich würde dich gerne heilen, wenn du mal stehen bleibst, Junge. Er ruft nach Heilung und zieh dich in. Ja, wenn er mal stehen bleibt. Fuck, von wo? Denkt halt immer Marker, ne? Wenn du irgendwas siehst, da hinten kommen sie. Da. Mein freundlicher Nachsatz. Seht ihr das? Ist er denn? Ei, ei, ei. Wo ist er denn? Sehr gut. Ich würde ihm gerne helfen. Das mache ich jetzt auch. Scheiß die Wand an. Ach, Mann. Mein Helfer-Syndrom. Mein ständiger Begleiter. Und irgendwann mein Ende. Bist du immer noch da hinten in der Kirche und Sniper ist? Ja, ich bin so ein bisschen round. Hat er sich erwischt. Fuck. Wollen wir jetzt nochmal E einnehmen? Ja. Wollen wir jetzt nochmal E einnehmen? Das ist echt ganz gut. Weil das ist komplett free. E, E, E. Erobert das Ziel dort. Wie bei dir? Ich meine, wir könnten das Fahrzeug nehmen, aber das... Ich renne vor auf E. Falle Kanne. Ich flirr mal rein. Ja, mach. Kann er da, oder? Nö, das sieht ganz gut aus hier. Können wir einen Picknick machen. Na ja, das ist immer schon... Ja, das haben wir schon mal gesagt. Und danach kam der mit der Pumpen, Mann. Und hat ihn weggepumpt. Mann. Okay, dann können wir eigentlich von hier aus... Haben wir eigentlich einen guten Einstiegspunkt, um wieder in die Kirche vorzuraschen. Sehr gut. Wollen wir auf B gehen? Das ist auch... Ne, B, B gehört uns gleich. Dann gehen wir einfach wieder auf C. Jetzt haben wir die... Jetzt haben wir die Position. Oder die. Ne, die. Ah, jetzt gehört uns alles. Jetzt können wir richtig schön reingehen in C. So, wo sind sie? Ich gehe links. In unserer Hand. Oh, händer mir! Händer mir! Wollen wir rein? Zack! Wo denn du, wo denn du, wo denn du? A, Panzer, hey! A, Panzer, hey! Die Panzer, hey! Die Panzer, hey! Die Panzer, hey! Die Panzer? Überall! Wenn du voll fett auf dem Panzer rechts nehmt. Wenn du nach Hause, wenn du tot bist, kannst du den immer noch anpingn, ne? Ach so? Aber ich weiß noch nicht! Ich weiß noch nicht! A, so leicht! jetzt das ist gefährlich ich hier sind die da irgendwo sein hinter uns sehr gut ich habe den anderen aber hinten von oben 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 auf die glocke mal geläutet ich kann ich heilen oder du hast ihn wer auch immer scheiße es ist immer derselbe mit seinem revolver der macht verdammt viel schaden mann wir hatten gerade so eine gute ausgangsstellung jetzt haben sie wieder von ehe oder von der grund ausstellung der grund ausstellung und in der panzer nehmen ja so geht es hier lang vielleicht kannst du irgendwie ein der reinballern ja okay dann auch aus da man hat hier immer so viele animationen deswegen wurde ich vorhin abgeknallt die wird eingenommen sehr gut ja dann können wir jetzt eigentlich wieder keine ahnung c oder hier vorne ist auch ein geiles mg drin ich bin drauf bin ich jetzt der fahrer bin immer noch nicht der fahrer müssen mal gucken wo man hier fährt und so jetzt fahren wir auch einfach mal rein ja in die gute stube feuer wo bleibt man denn hier eng du bist irgendwie blauen schneidt von hinten her hat mir einfach ein Ort gebaut da liegt er auf der ecke und pfff ich litte zusammen ja ich litte zusammen ich litte zusammen ich litte zusammen also ganz ehrlich mit dem panzer reinfahren ist die letzte scheiße nicht nicht da ist noch einer ist noch einer er kommt er kommt hinter dir her er kommt Heilige bimber mir mal ich sterbe ich sterbe ich sterbe ich sterbe ich sterbe wir verlieren Ziel dora freind euch los verteidigt dieses stück land einer im schuss kronen werfe bombe was schuss das ging von wo man Reicht mir erstmal her, ich seh gar nichts mehr. Komm, ich hab dich schon gehört, ich hab dich schon gehört. Das kannst du vergessen, deine Muni ist alle. Kommt von rechts, da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Hast du gehört? Jawoll, da bin ich noch umgekehrt. Boah, Gott. Da kommen so viele. Es kann doch gar nicht sein, wir sind doch gar nicht so schlecht. Warum machen wir hier so viele Punkte miese? Weil die hauptsächlich einfach die meisten Flaggen immer haben. Wollen wir mal von A kommen? Komm, wir gehen bei D raus, ich bin bei D. Äh, geht nicht, doch jetzt. Wir können ja mal A nehmen. Da ist ein Gegner drin. 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 Ja, ich sag ja, deshalb wurde das eingenommen. Wir sind bei uns frisch. Oh Gott, ey, wenn man mit einem MG rausballert und keine Murmel ankommt. Obwohl visuell die theoretisch durch seine Brust gehen. Das verstehe ich immer nicht. Verstehe ich nicht. Ist der Koalitionsabfrage da so kack oder was? Ich bin nochmal bei D. Da sind ganz viele. Da sind ganz, ganz viele. Ja. Hier, hier drüben kommen sie hier, ne? Von der Seite. Da so. Augen auf! Da drüben ist Gefahr! Ja, da sind sie. Oh, da sind Sniper, da sind Sniper. Da ist das Leben voll im Gange. Von Sonnenauf bis Untergange. Okay. Bin direkt hinter dir. Wow! Oder nur. Wo? Rechts. Zwei Stück. Kanat schmeißen sie. Ich weiß nicht alles. Alle noch nicht. Das sehe ich auch so. Ja, da ist einer. Ich sehe halt keinen. Der nächste hat mich. Ich habe einfach alles rausgerotzt, was ging. Der erste ist reingerannt und hat erstmal schön in meine Sprache. Ich hab echt alles krache. Ich kapiere hier noch. Ach komm, nochmal D. Jetzt kommen wir auf den Krieg. Verzweiflungsangriff. Machen wir hier auf den Krieg. Okay. Ich finde ja die Kirche immer ganz gut. Ich stehe im Feuer. Wir stehen im Feuer. Das ist scheiße hier. Ist denn da unten wer? Nun ist doch gar keiner. Doch, da. Ja, tolle Wurst. Ey, da ist der Boden weg. Was ist denn das für eine Scheiße? Wo spawnt man denn hier? Man spawnt da, dass man drei Zentimeter gehen kann. Ich bin unter dir. Da kommen sie. Siehst du? Ja, ich bin tot. Okay. Das ist scheiße hier. Hier spawnt man direkt im Tode. Das bringt nichts. Wir gehen von E nach B, oder? Ja. Nach B. Wo ist denn B? Bei B. Achso. Bei B. Bei B ist B. Ich bin jetzt mal Sniper. Ich glaube da ist keiner, oder? Ja. Ich tue gleich mal rein. Doch. Schwer gesichtet. Habe schön daneben geballert. Habe schön daneben geballert. Da, die sind links da zu B gerannt. Den Weg da hoch, die sehe ich erstmal keinen. Aber das hat nicht viel zu sagen. Geht da mal rüber? Doch, da sind sie. Da oben. Wir könnten auch rechts rum gehen und versuchen das zu umgehen hier, weil ich glaube die erwarten uns. Mann, jetzt geh doch mal da hoch. Oh, 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 oh. Von hinten, von hinten, von hinten. Oh, es ist geil, wenn man zielt und dann immer noch so ein Zentimeter zu viel rutscht. Wenn man wieder ganz woanders steht. Bist du tot? Ja. Ich bin getrossen. Ach, rechts. Links von dir. Oh, ey, das ist alles scheiße, ey. Das ist alles so scheiße. Ich ziele und die Figur geht noch 13 Meter weiter. Ich muss noch fragen, wo die sind, aber dann fehlt mir die Orientierung. Dann ist meistens zu spät. Ach, links von dir. Oh. Ja. Du bist von der einen Seite beballert. Komm, wir gehen jetzt zu A. Zu A. Wir wenigstens alles spawnen. So, mal ganz kurz überlegen. Wir müssen zu D. Wir gehen jetzt zu D müssen wir hier. Wo ist denn hier D? D, B. Wo ist jetzt D? Ne, wir müssen zu B. Ist richtig. Mann. Da steht ein Panzer hier. Die Orientierung ist wirklich furchtbar. Oh, keine Chance hier. Was natürlich nicht am Spiel liegt, sondern an mir, aber... So, ich bin jetzt Richtung B. Hm. Keine Ahnung. Ich sehe keinen, aber... Komm, ich habe doch getroffen. Also jetzt... Bitte. Ich finde auch, die Kollisionsabfrage ist nicht optimal. Die Gole war B gerade. Schießen treffe ich anstatt den, den Abhügel vor mir, obwohl ich auf den gezielt habe. Also ich bin jetzt bei B, aber ich kann es nicht einnehmen. Es sind zu viele Gegner hier. Aber ich sehe sie leider nicht. Okay, komm zu dir. Ich bin bei dir raus. Hier irgendwo. Auch zu zweit können wir sie nicht einnehmen. Ich flare mal hoch. Jo, mach. Es wird geflared. Keine Ahnung. Ich sehe... Oh, jetzt. Er kommt von vorne. Er kommt von vorne. Er ist über uns. Denk ich auch, ja. Ich gehe nochmal raus. Ich gehe nochmal raus. Ich versuche von außen zu snipern. Oben irgendwo. Ja. Noch eine Etage her. Ich sehe ihn leider nicht. Noch eins hier. Oh, jetzt sehe ich ihn. Er ist bei mir. Raffe ich wieder nicht. Er hat wieder einen Headshot. Er hat keinen Helm auf und nichts. Ich habe ihn das down. Gegenüber, wo wir herkamen. Da ballert auf dich. Er ballert von dich. Von dich. Gegenüber von dir. Da, wo wir herkamen, ne? Nicht da, wo du rennst. Die andere Richtung. Ja, den habe ich gerade. Habe ich den Headshot. Nee, hier ist einer. Da. Da. Rechts aus dem Fenster. Rechts aus dem Fenster. Hinter dir. Hinter dir. Ich bin da. Warte, ich kann wegsnipern, wenn ich ihn treffe. Ja. Einmal erwischt. Ab und hinten. 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 Wie viel Pech kann man haben. Immer wenn man spawnt, ist da auch gerade ein Gegner. So, jetzt nehme ich wieder eine andere Klasse. Am besten ist wirklich der Sunny. Die Waffe ist am geilsten. Und was macht es sinnvoll? Ab und hinten. Ab und drei Meter. Aber ganz ehrlich. Die Waffe ist der letzte Rotz. Die tötet nicht. Die brauche eh. Wo spawnt man heute? Forre Division kamr Eier aus. Schlaf. Überst Du an die? Didier. Waslassen du mich? Verstehí dich das Ziel dort! Die liegt ganz unten. Da kommt Palmer. Angry. Wendy. Die sind im Alors. Der... Die ist runter, die ist dauer. gebäude von da ich gehe jetzt mal dahin wo ich das gepinkt haben wir ballert auf mich hier sind sie hier sind sie alle hier sind sie alle hier sind sie alle natürlich nicht machen alter ich habe es überlebt da sind wir ja lass mich doch mal ganz kurz kommt man hier mal raus aus der scheiße wer macht denn hier alle eingange zu links du guckst da ich guck mal um so mann okay von der einen seite ist erstmal safe keine chance die überrennen uns wie kann man sich angucken wie die statistik ist von den geballerten mann stadt statt und punkte stand gehen genau 6 da gar nicht so schlecht ich habe 26 aber ich spiele halt auch die wollen wir wieder auf a und dann auf b ja okay ich wäre ich ganz gut wenn du ballast wenn du vor gehst und ich halte ich dann auch scheiße in der mitte kommen sie auf c was ach das geht auf einmal er hatten scharfschützen wäre was mich wollen ja 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 aber wenn ich mit aufklärer irgendwo schieße dann verliert 80 prozent 99 prozent aber die 100 als doch auch so komisch random oder wie viel prozent man hier verliert und jetzt ich bin direkt bei c wir haben die mitte eingenommen jetzt hilf mir wenigstens da unten also die anderen helfen aber auch echt null muss man echt mal sagen muss man sagen ich sterbe genau neben ihm er macht einfach nichts anstatt er mich mal aufhebt dass wir jetzt versuchen hier die tickets wieder zu holen wirklich logisches denken ich bin überhaupt nicht im team hier die leute mal heilen naja ich bin eigentlich über den panzer da hoch meine fresse ist das denn so schwer keine ahnung wo der ist ist weg ich kenne den level aufbau hier nicht bis ein bisschen nervig ist den habe ich auf den panzer gehen wollte den habe ich panzer fack 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 keine chance warte ich kann aber mal den kann man rein mitgeben ich gehe jetzt mal auf b wir haben leider wirklich so gut wie verloren kacke er kriegt zu sehr auf den dönitz so ich bin jetzt bei b jetzt bist du tot tatsächlich ja ich weiß auch nicht mehr was man machen soll ich gehe noch mal zu d so ein bisschen versuchen noch ein bisschen was rauszuholen aber ganz ehrlich das schaffen wir nie mehr als scheiße der panzer kommt mir fehlt auch so ein bisschen das ja da ist überhaupt kein feuer da oben dass man diese sandsäcke wieder weg machen könnte was ist denn das hier was ist unseres das ist ein feind jetzt oder nicht vor allem er blockiert unseren weg hier machen wir jetzt nochmal ein d komm wir gehen jetzt nochmal durch d ok in der kirche ist auch wieder die action so wie immer ich weiß dass wir verlieren sag mir was was ich nicht weiß sagt mir was wir das verhindern können gott hier erste hilfe sniper sniper snipen ich bin erledigt helf mir oh da ist einer hier ist ein sunny von den kommt jetzt in die kirche rein hier wo ich pingel da ist einer Ist er tot. Okay, ich glaube, das Ding haben wir verloren mit 36. Das wird nichts mehr. Ich bin hinter dir. Wow. Heilig trotzdem. Mir egal. Wo sind die verdammten Sanitäter? Ich habe dir gerade den Spritzen in den Arsch gerammt. Alter, das haben wir aber haushoch verloren hier. Kirchen hoch. Ich gehe nochmal zu D. D. In C kann man auch rauskommen. Ich gehe mal bei Swornpunkte raus. Ja, ist eigentlich jetzt auch egal. Aber ich muss das eigentlich abschießen. Ah, da ist noch einer. Ach komm. Wenn ich die Messerspeise habe, den ich gespottet soll. L1. Ne, R1 ist spotten. L1 ist kanad. Ich will da kanad schmeißen. Ich stehe vor dem Spot. Hab ich schon, hab ich schon bist. Ui. Bei dir? Oh, ich hasse die Revolver. Ich hasse diese Revolver. Dass diese scheiß Pistolen so stark sind. Mit einem Schuss. Das ist echt einfach... Ach, was weiß ich. Ich treffe wieder alles. Ah, ehrlich. Ich war eigentlich ganz schön verloren, lieber Scholli. Ja, aber ich finde nicht, dass wir sie schlecht machen. Die haben uns rasiert oder ordentlich rasiert. Warum kommt jetzt zum Schluss nicht nochmal so die Übersicht? Wie gut unser Team war? Wer wie viel Punkte hatte? Ja, du kriegst noch Kills auf Start. Das kommt noch. Das kommt. Jetzt gibst du R1. Und du gehst auf Punktestand. Ah, okay. Würde ich mal gerne gucken. Du hast 30 Kills. 18 Kills. Naja, okay. Gar nicht so schlecht. Dafür, dass es hier die vierte, fünfte Runde ist. Aber wir waren auch wesentlich weniger, möchte ich da mal sagen. Wir waren 30 und die waren 33. Okay. Na gut, einer kam dazu. Aber echt nicht so schlecht. Aber wieder war dochimal. Aber erst mal gruselig ist. Vielen Dank.